Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Angespiel-Video. Ja, wie man sehen kann, das Spiel Basement. Es ist, glaube ich, gerade in der Early Access-Phase bei Steam. Ich meine, das ist Early Access, habe ich jetzt leider aber gerade auch nicht im Kopf. Ich habe hier schon mal ein bisschen getestet, wie das aussieht, wie die grundlegenden Mechaniken funktionieren hier. Deswegen ist das noch ein bisschen, dieses Continue noch da. Aber ich werde jetzt hier einfach mal ein neues Spiel spielen. Und ja, wie man sehen kann, das Spiel handelt über Drogen. Ja, das heißt, man hat hier sein eigenes Labor. Hier mit einer Growbox, das natürlich gerade grünen Drogen, also eigentlich hier Gras produziert, Gras anbaut. Und ja, das ist hier so. So, man kann natürlich hier dann noch weiter bauen. Hier kann man neue Räume bauen. Das gibt es hier natürlich noch die ganzen anderen Sachen. Hier ist dann, ich meine, das wäre Speed, genau. Hier kann man Speed produzieren dann noch. Hier kann man noch irgendwas Braunes produzieren. Ich weiß nicht, was das sein soll. Dann natürlich noch Säure. Also, keine Ahnung. Man kann hier sehr viel produzieren. Dann natürlich Storage, Resting Room, dann Generator für Strom und Security Depot. Aber das werde ich eigentlich gleich noch alles näher erklären. Auf jeden Fall kann man die auch ausbauen und sowas und so weiter. Und dann hat man hier diese nächsten. Die sind dann von der Polizei noch besetzt. Das ist jetzt hier einfach eine Construction Site, wo man einfach nur Sachen noch bauen kann, wie Storage oder halt einen neuen Dealer oder irgendwie sowas. Die kann man halt einfach attacken. Da kriegt man hier drauf, kann man seine Einheiten nehmen und dann greifen die an. Was ich natürlich jetzt nicht machen werde, weil hier sind sehr viele Polizisten drin und naja. Und man hat halt jeder, jede, man hat halt immer seine Schläger. Und ja, die kann man dann natürlich dann überall positionieren. Die kann man auch moven. Hier mit Move 4 kann man dann sagen, ja, hier soll ein Schläger hin. Es geht halt sehr hier viel um Managing und ums Timing, wo, wie, wann, welche Einheiten hin müssen. Und naja, man sieht ja auch die ganze Zeit diesen Ice Cream Wagen hin und her fahren. Der fährt hier gerade zu meinem Dealer, den ich ja auch gerade direkt beim Start besitze. Der verkauft halt das, was ich da produziere, das Gras, das ich da produziere, verkauft er halt hier. Green Dealer halt. Und der hat hier eine Storage Box und ja. Ich denke, das ist auch erstmal alles klar. Das ist auch wirklich nicht viel, was man sich hier merken muss. Und natürlich gibt es dann hier noch weitere. Hier kann man dann zum Beispiel noch, wenn man diese Garage angreift, dann kriegt man diesen Truck, der hier drin steht. Den kann man sich freischalten. Der fährt dann auch wieder Drogen von A nach B. Und dann gibt es hier natürlich noch verschiedene, hier ist noch eine Garage. Hier ist dann noch, hier ist ein Purple Dealer. Äh, ich weiß gerade nicht, was das ist. Auf jeden Fall irgendwas, irgendeine lila, eine Droge. Ja, da wird dann, wird dann, äh... Oh, hier sieht man gerade Raid in District. Das heißt, hier ist irgendwo ein, ähm... Hier wird was angegriffen. Das heißt, ich sollte mal schnell vielleicht mal ein, äh, Security Depot bauen noch. Damit ich, äh, mir ein paar Leute noch bestellen kann, ja. Denn, ähm, tja. Jetzt kann ich sagen, hier angreifen oder bestechen. Natürlich werde ich erstmal bestechen, weil ich hab leider gerade keine, ähm, Einheiten. Und, äh, ja, deswegen würde ich mal sagen, hab ich gerade ein bisschen Pech gehabt. Und, äh, ja. Dann kann man halt, hat man hier noch einen grünen Dealer. Und hier hat man, hier, das ist so, dass eigentlich das große, was man hier, das große Los, was man hier haben kann. Das ist dieses Big Chemical Lab. Das gibt's eigentlich auf jeder, auf jeder Map. Ähm, und, äh, da sind halt immer mehr, äh, ähm, ja, Dope Kitchen zum Beispiel. Da kann man ja Dope und sowas. Also, hier gibt's auf jeden Fall schöne Sachen. Das ist halt so ein bisschen, glaub ich, vom Hype, vom Breaking Bad entstanden, denke ich. Einfach mal gerade so. Und, naja. Äh, übrigens wollte ich, muss ich noch sagen, dass diese, unten diese ganzen Gebäude und sowas zufällig entstehen. Also, ich glaube, da gibt's kein Gebäude, was es zweimal gibt. Also, glaub ich zumindest nicht. Ähm, naja. Ich werd hier nochmal einen zweiten Schläger an, äh, heuern. Der mir hier ein bisschen unter die Arme greift. Ich glaube, da werd ich mal den hier... Ich glaub, mittlerer ist immer gut. Ah, ich hab... Warte mal. Was? Aber ich hab doch hier... Ah, ich hab doch Security Depot. Was ist da los? Naja. Ich werd dann wohl erstmal ein, äh, eine neue Growbox, noch eine zweite bauen. So. Okay. Und ich weiß halt auch gerade... Also, zu meiner Zeit... Also, zu meiner Zeit. Ich weiß halt auch gerade echt noch nicht, wie ich hier den, ähm, Dealer verstellern kann. Ähm, das tut mir... Also, das... Das weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie ich das machen kann. Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht. Aber vielleicht... Ja, hier sind... Das sind hier leider nur... Die sind beide besetzt. Das ist kacke. Die beiden Garagen. Äh, ja. Vielleicht sollte ich mal, ähm... Das ist auch eine Garage. Das Silo ist vielleicht ganz okay für, äh, noch mehr anbauen. Wobei natürlich... Start District ist gerade... Okay. Das ist natürlich ganz wichtig. Das ist vielleicht gerade ein bisschen doof. Ich würde ganz gerne noch, äh, ein Zweiten... Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Weil ich brauche nämlich eigentlich noch ein, äh... Schläger... Wohl, warte mal. Wo ist denn mein Schläger? Produziert der da gerade? Ich glaube, mein Schläger, der produziert da gerade. So, da kommt auch schon die Polizei. Das ist ganz gut. So. Und, äh, hier soll der mal... Ich stelle hier mal eben noch einen Zweiten ein. Den stelle ich mal ein, so. Damit der andere erstmal aufhören kann damit. Was der auch gerade, der macht. Und ich werde hier mal noch ein Security Depot hinbauen. So schnell ist, wie es geht. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich könnte den jetzt briben, briben oder, ähm, fighten. Aber ich werde erstmal noch bestechen. Weil ich bin halt echt gerade noch in der Aufbaufase. Und, ähm, ja. Da kann ich das ehrlich gesagt nicht so gut machen. So. Der soll jetzt hier eigentlich mal nach da unten gehen. Bitte. Könntest du das wohl machen? Ja. Schön. Schön, dass du das so in deinen Terminkalender... Packen kannst. So. Ich habe jetzt hier noch 700 Dollar. Ich werde jetzt erstmal keinen Zweiten einstellen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen warten. Und, ähm, natürlich, da muss, glaube ich, sehr viel Zeit hier reinstecken. Wie es für mich aussieht. Und es ist natürlich immer noch ein bisschen Glückssache, wie man das hier alles hinbekommt. Und vielleicht, äh, besorge ich mir hier mal noch einen Dealer. Ein Green Dealer ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier noch einen zweiten Green Dealer. Braucht ihr auch noch eine neue Garage? Also, man muss hier echt sehr viel planen und, ähm, gucken, wie das gerade vorangeht. Vorangeht alles. Und ich habe auch noch nicht verstanden, warum diese Empty Cells hier sind. Weil die sind halt, die bringen halt nichts. Die sind halt irgendwie so, hm, ja gut. So. Ich glaube, hier werde ich noch ein Storage hinbauen. So. Ich glaube, das wird hier am meisten bringen. Okay. Hier oben ist noch ein Raum. Ich glaube, hier könnte ich noch ein, äh... Security Depot wäre eigentlich noch ganz gut. Start District. Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal meinen Typen anheuern hier. Am zweiten. So. Ich glaube, dann nehme ich aber auch den Großen hier direkt. Ja. Weil der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, diese Idee. Also, es geht halt wirklich hier um Kämpfen und Überleben und wie auch immer, wenn man das alles hier nennen soll. Vielleicht sollte ich hier noch ein Security Depot, weil das ist hier gerade erstmal, glaube ich, meine Start Base. Und ich glaube, hier sollte man erstmal noch gucken, was man alles braucht oder sowas. Okay, jetzt kann ich den so... Okay, jetzt gucke ich mal eben. Ich kriege hier noch einen für... Ja, 340. Komm, werde ich den einfach mal anstellen. Ich denke mal nicht, dass der viel machen kann, aber... Naja. Das Problem ist, hier kann man leider auch nicht die Zeit ein bisschen vorspulen, damit man noch mehr Geld bekommt irgendwie. Äh, das ist ein bisschen doof, finde ich. Aber passt schon. Passt schon. Würde ich mal sagen. So. Und den müssen wir leider, äh, fighten. Und ich denke, ja. Das ging relativ schnell. Ein paar Schläge aufs... Aufs... Aufs Mull. Aufs Mull. Ein paar Schläge aufs Mull. So, und ich sollte mal vielleicht einen zweiten... Okay, wie schaut der? 69 und... Ja, vielleicht sollte ich... Vielleicht sollte ich den mal angreifen. Ich glaube, das könnte ich, glaube ich, schaffen. Indem ich hier die drei schicke. Die drei schicke, nicht... Die drei schicken schicke. Ähm, ich weiß nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Man weiß es nicht. Ich hoffe. Das wäre natürlich richtig gut, weil dann könnte ich, äh... Auf jeden Fall ein bisschen besser, äh, transportieren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, aber ich habe ja noch einen dritten. Oh, shit. Nein! Ich habe meine drei Leute verloren. Fuck. Sind die wenigstens geschwächt? Nein, sind die nicht. Na, super. Der ist natürlich ein bisschen doof immer. Man kann halt nie wissen, wie und wann, wo, was passiert. Das ist leider ein bisschen doof. Und jetzt muss ich natürlich... Jetzt muss ich da in die investieren. Weil ich sonst das, das... Wie soll ich das anders machen? Weil wenn die mich hier gleich... Da werde ich nämlich schon wieder angegriffen. Ja. Und jetzt muss ich den hier hinschicken. So. Sage ich hier, der soll da hinfahren schnell. So. Und dann macht er das auch, ne? Weil ich bin der Boss. Bin der Drogenboss hier. Und es geht halt echt wirklich, ähm... Sehr stressig zu. Manchmal denke ich... Es kann sehr gut passieren. Hoffentlich denke ich einfach mal... Dass das, äh... Passieren kann. So. Und jetzt möchte ich mir mal die Chancen offen lassen. Okay. Wie kann ich denn, äh... Schneller arbeiten lassen? Das verstehe ich halt noch nicht. Ähm... Ob man... Ob man den überhaupt hier, äh... Schneller arbeiten lassen kann. Ist halt die Frage. So. Ich möchte den jetzt erstmal angreifen hier. Hallo? Geh mal auf den zu. Ich glaube, das schafft er schon. Da ist er. Und zack, zack, zack. Bitch. So. Und dann kann ich den jetzt hier wieder rüber schicken. Damit der, äh... Wieder ein bisschen mehr Leben bekommt. So. Ich würde mal hier das ausbauen, damit ich vielleicht ein paar mehr Leute ausruhen kann. So. Und... Äh... Ja, dann werde ich mal, glaube ich, hier ein Resting Room hinbauen. Auf jeden Fall noch ein paar mehr Schlägertypen. Aber das werde ich dann auch nochmal gleich gucken. So. Guck mal, der ist Level Up. Das ist cool. Kann der Level auch? Der... Der... Der Drogentyp? Ne, ich glaube nicht. Das ist halt echt doof. Ich weiß halt noch nicht, wie man das, ähm... Den hier ausbaut. Den Typen. Das ist halt echt ein bisschen doof. Aber ich denke, das kann man auch schaffen. So. Der macht 20 Damage. Also das ist echt schwer. Irgendwie anzukommen. Hier ist ein Speed Dealer. Das wäre natürlich richtig cool. Okay, jetzt greift mir jemand mich beim Startdistrikt an. Das ist natürlich, äh... Eigentlich doof. Weil ich werde mir jetzt hier noch einen kaufen. Einen Typen. Der... So viel kostet. So. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen holen, eben. So. Obwohl ich zwei reichen, glaube ich, erstmal zum Verteidigen, glaube ich, reicht das erstmal. Denke ich. So. Wie schaut's denn mit dem Strom aus? Äh... Kann man leider hier nirgendwo sehen, glaube ich, oder? Electricity 4. Electricity 4. Also. Hm. Joa. Ich glaube, das bringt nichts. Ich werde... Oh nein. 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 Stopp. Abbrechen. Nein. Fuck. Egal. Ich werde jetzt einfach den Generator da bauen. Warum auch immer. Das bringt mir halt eigentlich gar nichts. Und ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wie tief man bauen kann. Ich denke, bis hier oder sowas oder bis hier. Ich denke nicht, dass man so... so tief bauen kann, dass man, ähm, da... Also, ne? Ich glaube nicht, dass man wirklich sehr tief bauen kann. Das würde für mich, ehrlich gesagt, keinen Sinn ergeben. Wo ist denn hier noch ein Green Dealer? Da ist noch einer. Da drei Cops jeweils 42 machen 15 Damage. Ich glaube, dann bräuchte ich schon drei Stück. Drei Leute würden, glaube ich, reichen. So, weil wenn ich dann irgendwann... So. Greife ich das, glaube ich, mal an. So, Attack. Zack, zack, zack. Dann kann ich die Leute ein... Und dann fahren die da hin. So. Gehen jetzt alle zu ihrem coolen, ähm... Polizeiwagen. Also, das ist echt ein Polizeiwagen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Naja. Muss man ja, oder? Muss man nicht, muss man nicht. So, und das... Mh... Ja, super. Und jetzt ist hier natürlich eine Raid. Also, es ist halt ein bisschen doof. Aber Mora eigentlich schon wieder hier einen Typen. Was ich natürlich jetzt nicht habe. Du wirst, ich kann mir jetzt hier noch einen anfeuern. Ah, einfeuern. Ja, gut, kann ich mir nicht. War mir schon klar. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Weil die werden jetzt hier rauf gehen. Weil die machen mich wirklich alles so fliegt der mal jetzt. Ähm... Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. So. Die nehmen das jetzt hier ein. Hoffentlich. So, ja. Der ist tot. So, den werde ich erstmal bestechen, damit der weg ist. Okay. Das gehört jetzt erstmal mir. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, die werde ich erstmal hier, äh... Weg schicken. Die werde ich erstmal wieder nach da schicken. So. Das wäre natürlich richtig cool, wenn ich das mal irgendwann besitze. Aber ich glaube, das ist erstmal nur Träumen. Ich glaube, das wird erstmal nicht so schnell passieren. Okay. Okay. Ich glaube, der hat auch schon bald die Lager hier voll. Mhm. Hat er auf jeden Fall bald. Deswegen sollte ich mich vielleicht mal irgendwann drum kümmern. Um wirklich einen neuen... Äh, der macht 20 Damage. Das ist das Problem. Der macht halt wirklich 20 Damage. Und das ist... Äh, viel, würde ich mal sagen. So, jetzt muss ich mir hier gleich noch einen neuen holen. Ich weiß halt auch noch nicht, wie man wirklich diesen, ähm... Den hier kontrollieren kann. Den Truck. Ja. Wie man den kontrollieren kann. Das ist mir auch noch irgendwie eine Frage. Äh, würde ich ganz gerne wissen. Aber... Tja. So, seine... So, jetzt werde ich mir noch eben hier einen holen. Und zwar einen richtig harten. Der auch vielleicht ein bisschen kostet. So. Garage. So, zack, zack. Attack. Und Titan. Ha! Was war das denn? Äh, so. Ist da... Da ist leider kein Gebäude dabei. Das ist... Ein bisschen doof. Das wäre natürlich auch ganz cool, wenn da... Ähm... Obwohl, doch, da kann man... Ah, stimmt. Doch, da kann man was reinbauen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Warte mal. Sind da keine drei Leute? Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Habt ihr gut gemacht. Das brauche ich erstmal hier in Storage. So, ich kann hier irgendwie leider nichts anderes bauen. Ach, vielleicht war das auch alles ein bisschen... Ach, das... Äh, okay. Nee. Okay. Doof. Das war wieder ein bisschen doof von mir. So, hier kann ich leider nirgendwo was runter reinbauen. Das ist doof. Ähm. Hier ist der Acid, äh, Dealer. Wie viele Leute sind da drin? Da sind drei normale Polizisten. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, um ein bisschen upzugraden. Das heißt, hier könnte ich vielleicht mal, wenn ich ein bisschen spare, einen Acid, äh, Typen hinbauen. So. Und dann einfach... Wie teuer ist das? 700. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Small place for Acid production. Ich glaube, das wäre echt cool. Aber ich weiß halt echt noch nicht, wie man diese, äh, Dinger hier kontrolliert. Jetzt habe ich nämlich hier diesen grünen, äh, Green Dealer und der macht, kann halt ehrlich gesagt nichts machen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Und ich glaube, hier kann ich gar nichts produzieren. Weil, ich brauche ja einen Generator. Und die brauchen ja Strom. Oder? Ich brauche noch Strom. Die brauchen doch Strom. Oder brauchen die keinen Strom? Doch. Doch, brauchen sie. Sehr. Hier habe ich ja genug Strom. Hier habe ich leider keinen Strom. Okay. Das ist doch, doch, doch. Das ist so. Das ist so. Das wird so geregelt. Das ist gut. Das heißt, hier könnte ich höchstens ein Restroom hinmachen. Oder ein Resting Room. Ähm, weil das andere würde alle keinen Sinn ergeben. Das heißt, dann baue ich da mal einen Resting Room rein. Und, äh, werde dann vielleicht mal hier den, äh, das Silo hier angreifen. Weil das wäre vielleicht nochmal ganz gut. Das wäre vielleicht nochmal eine ganz gute Idee. Und ich gerade komme hier echt nicht voran, ne? Mit meinem Geld. Oder? Ach, der verkauft jetzt auch. Weil der große Truck da immer hinfährt. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Aber wie viel nimmt der, äh, große Truck denn immer mit? Weil da war gerade, ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Der ist auch ein bisschen schneller, ne? Der produziert auf jeden Fall auch schneller. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass der schneller produziert. Weil der produziert sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Und, ähm, der hat auf jeden Fall genug auf, äh, Lager. Ne. So. Okay. Okay, da kommt jetzt hier jemand hin. Was ich natürlich nicht so schön finde. Denn, Das ist doof. Muss ich hier meine Leute hinschicken. Und zwar brauche ich wahrscheinlich nur zwei. Aber ich schicke mir einfach mal alle drei. Weil, dann könnte ich hier direkt auch mal das Silo einnehmen. Äh, wenn die damit fertig sind. Weil hier sind drei Leute. Hier kann ich dann noch, äh, Stoff produzieren. Ja, Fight würde ich mal sagen, oder? Ja. Fight, Fight. Fight. Fight for the, for the freedom. Yes. Na, oh man. Stimmt. Ne, der hat aber, ne, warte mal. Der hat aber keine, der hat die gleiche, Verkaufsrate wie der andere, also das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. So, der hat die gleiche, der hat 20 Kapazität, ne? 20 Stück. Das sind hier gerade, so, der nimmt ja alle mit, okay. Das ist schön. So, der grün, grün, grün Dealer ist wieder da. Das heißt, vielleicht sollte da auch einfach mal einer bleiben, oder? Äh, vielleicht sollte ich da ein Resting Room hinbauen. Oder einfach ein Storage. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut hier. Oder, was kann ich hier noch einnehmen? Das wird hier auch, glaube ich, ein bisschen zu schwer für mich. Ich wäre ja noch mal für so ein Dings-Ding. So, dann müssen die erstmal jetzt alle hier hin. Warte mal, habe ich jetzt, was, 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 da bauen die jetzt ein Storage. Das heißt, die müssen jetzt erstmal alle hier in die Garage rein. Weil die müsste ich erstmal alle healen. Okay. Aber, ehrlich gesagt, finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht. Es ist halt echt wirklich, ähm, ein Spiel, was man so mal eben nebenbei so spielen kann. So, wenn man ein Video guckt oder sowas zum Beispiel. Fände ich jetzt, glaube ich, würde ich das, glaube ich, ganz spielen so. Es ist halt so fürs nebenbei und so. Das ist, finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht. Ähm, und da kann man bestimmt, ähm, Spaß mit haben. Äh, und ich werde das jetzt auch noch ein bisschen weiter bezocken. Jetzt gleich hier noch ein bisschen, so 10 Minuten oder sowas. Ich glaube, ich werde jetzt einen 40-Minuten-Part machen. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn gleich hier der Dings, der hat nämlich, der nimmt mir nämlich nicht nie den vollen Dings mit. Den vollen Truck. Der hat immer einen leeren. Das ist doof. Das heißt, diese Produktion ist ja nicht wirklich effektiv. Jetzt warte mal, warte ich mal eben, bis der hier voll ist. Das heißt, ich kann den Silo attacken hier. So, bitte. Bitte. Ich warte da rauf. So, zack, zack, zack. So, habe ich jetzt einen verloren? Nein, ich habe immer noch drei. Okay. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal... Das ist auch wieder nur... Das heißt... Was heißt denn Silo? Silo... Ich kann hier auch wieder nichts hinbauen, weil es nicht funktionieren würde. Oder was? Ich kann halt hier auch wirklich nicht weiter irgendwas hinbauen. Das finde ich halt auch ein bisschen doof. Das ist halt wirklich nur ein Silo. Für Mitarbeiter. Ein Silo für Mitarbeiter. So, dann heißt es, ich muss hier irgendwo noch was hinpacken. Sind halt hier alles Dealer hier? Oder muss ich das alles da produzieren? Bei mir in der Dings. Das kann natürlich auch gut sein. Boah, was ist das denn? Geil. Das ist eine schöne Ladung für mich. Das ist eine schöne Ladung. Die Frage ist, wo die jetzt hingeht, die Ladung. Okay, die geht nicht zu dem. Sehr schön. Die geht zu dem anderen. Ich glaube, diese Construction Site, die könnte für mich noch ganz interessant werden. Äh... Glaube ich. So. Und ich glaube, hier werde ich dann nochmal ein, ähm... Ein Dings hinbauen. Hier werde ich dann, glaube ich, dieses Acid, äh, Stall hinbauen. Werde ich... Zack. So. Das hat ja erstmal, glaube ich, hier genug, oder? Hä? Warte mal. Was beliefern die beide denen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also das System, wie wen die beliefern, das verstehe ich ehrlich gesagt null. Aber gut. Muss man ja nicht, oder? Muss man ja erstmal nicht. Okay, wen nehme ich? Ich glaube, der ist hier, glaube ich, am besten, oder? 3,6. Ja, viel Kämpfen und sowas müssen die ja nicht. Das heißt, das ist, glaube ich, erstmal hier am besten. So. Guck mal, der produziert ja schon. Ist schön. Das heißt, hier werde ich dann noch ein Storage hinbauen. Ist schön. Und kann ich jetzt hier sagen? Nein, hier kann ich nicht hier sagen. Okay. 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 So, das Storage ist auf jeden Fall schon mal da. Das heißt, ich kann jetzt... Okay, Silo wird angegriffen. Das sollte ich vielleicht erstmal dann verteidigen. Aber das sind ja meine Leute schon. Das ist schön. Und dann sollte ich gleich mal den Purple Dealer angreifen. Das werde ich wahrscheinlich dann machen erstmal. Weil das ist erstmal ganz wichtig für mich. Dass ich denen da eine Verkaufskette aufbaue. So. Die Leute kommen rein. Wie viele sind's? Fight. Please. Das sind vier Stück, ne? Uh. Aber nix. Das ist... So, dann soll ich jetzt erstmal jetzt wieder auffielen. Kannst du da bitte reingehen? Dankeschön. So. Okay. Dann geh du bitte da hin. Bitte. Hallo. Du. Da. Jetzt. Hallo. Kannst du da weggehen? Dankeschön. So. Und du gehst dann da hin. Ach, guck mal. Du kannst die sogar bedienen. Was? Das wusste ich gar nicht. Dass man die sogar bedienen kann, die Leute. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Mhm. Ich weiß vielleicht, was ich da hin machen kann. Zu den, ähm... In den Gar... Obwohl, ne. Das würde sich, glaube ich, auch nicht lohnen, oder? So, dann nehme ich jetzt, glaube ich, erstmal den Purple Dealer ein, hier. Sind die alle maxed? Okay. Sind erstmal alle maxed out. Und dann wird jetzt hier geradet, meine Freunde. Jetzt wird's geradet. Wupp, wupp. Okay. So, da sind sie. Zack, zack, zack. Bäm. Jetzt wird durchgeschlagen hier. Sehr schön. Wir haben hier unseren, äh... Acid. 75 pro... Also, er hat eine... Zellrate von, ähm... 5 pro Tag. Das ist sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu dem, ähm... Gras. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und, äh... Ja, ich hoffe mal, dass hier jetzt schon mal jemand produziert. Weil... Ding ist auf jeden Fall hier gleich schon... Nein, jetzt hab ich das... Was heißt jetzt geklärt? Hab ich das... Oh, fuck. Für immer. Ah. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Vielleicht brauchen wir noch die andere Garage. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz gut, wenn wir die hätten. So, die kommen jetzt hier nochmal in Silo rein. Bitte. So. So. Jetzt packen die schon ihr scheiß grünes Ding. What the fuck? Das soll aber nicht so sein, Leute. Leute, dann... Stopp lieber die Produktion. Das ist nämlich dumm. Was ihr da gerade tut. Das ist sehr doof. Das ist sehr, sehr, sehr doof. Und ich weiß auch nicht, wie das, äh... Ja, der nimmt nämlich, glaube ich... Das ist natürlich doof. Die sollen aber bitte das nehmen hier. Das. Wieso kann ich die hier... So, bitte. Nimm das mal auf. Ich hoffe, das nimmt er jetzt auf. Ich weiß nicht, ob das was jetzt gebracht hat. Weil, dass ich den angeklickt hab und dann da so drauf. Aber... Na... 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 Idiot. Idiota. Jetzt fährt er natürlich da vorbei. Na, super. Ex-Girlfriend... Äh... Dealer. Da so. Das heißt, meine drei Leute müssen hier hin. Moving. So, ich kann hier sogar noch einen weiteren Typen jetzt anheuern. Was natürlich auch sehr schön ist. So, der braucht ordentlich Power. Das heißt... Ja, so. Geld investieren muss man natürlich auch immer. Das ist sehr wichtig. Sonst, wenn man kein Geld investiert, dann kommt auch nichts raus. Am Ende. Hm? Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, wie die das hier bestimmen, dass der nach da soll. Das verstehe ich nicht, wirklich. So. Oh, shit. Okay. Wir haben einen verloren, aber das kann ich ja hier locker wieder ausgleichen. Ich habe Pum jetzt einfach wieder einen. So. Hier. Zack. Und dann werde ich jetzt wohl mal hier die Garage eingreifen. Location Ex-Girlfriend. Und zwar mit den dreien. Und der andere... Der geht ins Silo. So. Weil... Da. So. Weil da sind noch Betten. Und da sollte der dann mal hin, um dann... Also es ist sehr viel Geklicke. Sehr, sehr viel. Muss ich sagen. Weiß ich. Jetzt. Und die Musik ist cool, irgendwie. Ich mag die. Hat irgendwas. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Hä? Habe ich jetzt zwei Leute verloren? Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Jetzt habe ich nämlich den Schulbus auch noch. Das ist sehr schön. Gleich habe ich schon gar keine Leute mehr. What the fuck? Fuck. So. Hier kann ich jetzt auch noch ein... Ein Resting Room hinbauen. So. Für meine Leute. So. Und jetzt habe ich natürlich nur noch drei Leute. Das heißt, ich muss jetzt wieder Geld ausgeben. Für noch einen neuen Typ. den ich brauche. Weil ich wieder keine Leute habe. Das ist natürlich doof. Naja. Was will man machen? So. Jetzt hoffe ich aber mal, dass die... äh, dass die Säure mal transportiert wird. Weil das ist echt nervig. Weil das ist echt nervig. Dass die das nicht mal machen. Also, das verstehe ich nicht. Oh, Junge, du sollst das hier mal machen, ja? So schwer kann das doch jetzt nicht sein, dass du dir das hier mal machen holst. Nicht? Oder kann das nicht so schwer... Das kann auch nicht so schwer sein. So, guck mal. Gleich habe ich hier alles schon voll mit dem Zeug. Und Ich produziere es halt... Verkauf es halt immer noch nicht. Das ist halt irgendwie total dumm. Was ist... Warum? Das ist halt irgendwie total dumm. Da weiß ich noch nicht, wie man das, äh... Regeln soll. Oh, endlich. Es wird auch mal was nach oben gepackt. Vielleicht wird das ja jetzt ein bisschen mehr benutzt. Weil das Lager ist auf jeden Fall jetzt schon mal voll. Ja? Das Lager ist voll. Das kann ich jetzt hier nicht mehr benutzen. Super. Schön. Also, habe ich jetzt... Naja. Das ist irgendwie dumm. Ich bräuchte halt ganz gerne das. Das möchte ich ganz gerne haben hier. Kann ich das nicht irgendwie... Fehligen, den scheiß Autos hier? Ne, leider nicht. Das ist das Problem. Das geht leider nicht. Ich glaube, das würde nämlich um einiges helfen. Wenn ich das machen könnte. So, die fahren hier zur Garage. Wo denn die... Welche Garage? So, da würde ich mal sagen. Fahren wir die beiden Leute da... Ach, komm, alle vier. Warum auch nicht? Why not? Ich meine... Hey. Umso mehr, desto... desto besser. Oh, scheiße. Die fahren zur anderen Garage. Nein. Nein. Fuck it. Fuck. Nein, egal. Sind die alle bei der Garage. Das war irgendwie so ein bisschen doof. Ähm. So. Dann bitte noch mal alle einmal zum Auto. Ihr dürft diesmal fight. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich natürlich... Das ist doch doof. Jetzt sind da vier Leute. die da drin sind. Guck mal, jetzt habe ich schon... Kann ich schon mit... Vier Leuten... Kann ich jetzt schon... äh, aufnehmen. Also mit drei und einem... Gepanzerten. Was... Mich auf jeden Fall schon mal weiterbringen könnte. Aber leider sind das doch... Immer noch ein bisschen viele. Oh, guck mal. Der hat ja richtig schön viel. Das möchte ich... So was möchte ich sehen, mein Freund. So was möchte ich sehen. Mann, jetzt kann ich nämlich... Was schönes verkaufen. Das kann doch nicht sein. So. Okay. So, jetzt baue ich hier noch mal ein... Security Depot. Okay, werde hier die beiden mal... Alle ausdicken. Okay. Und werde... Okay. Ich habe jetzt... Zwei gleich frei. So. Zwei habe ich frei. Das heißt, ich sollte jetzt den... Die beiden stärksten kaufen. Den und den. Sehr schön. Dann sollte ich mal hier die Construction Side angreifen. Weil hier habe ich, glaube ich, schön viel Platz. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall was bringen, wenn ich das mal machen würde. Und der hat hier sowieso am meisten Leben. Alter, der hat 107 Bilden maximal. Das ist krass. Das ist abnormal. Ich glaube, 3, 4, 5. Das sind 5. Ich glaube, das könnte ich schaffen. Das glaube ich kann ich schaffen. So, jetzt muss ich mal schauen. So, zack, zack. So. Sehr schön. Lebt mein... Na gut. Was frage ich dann überhaupt? Klar lebt der noch. So, jetzt habe ich nämlich noch einen Platz. Den ich hier besitzen kann. Und hier baue ich jetzt erstmal einen Generator rein. Baue das aus. Hier kann ich dann auch noch gleich ein Dings hinbauen. Einen Ace jetzt. Das geht ja alles. Das ist nämlich ganz schön. Hier habe ich nämlich genug Platz. So, wird hier schon wieder irgendwas Lilanes hier weggebracht? Irgendwohin? Ich glaube nämlich nicht, ne? Naja. Egal. Ich würde erstmal sagen, das war's für heute für dieses Angespielt-Video. Ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen. Basement heißt es. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu diesem Spiel. Ich finde es ehrlich gesagt, es ist ein cooles Spiel. Man kann es auf jeden Fall spielen. Man sieht ja jetzt, ich habe eine Stunde verbracht. Es braucht auf jeden Fall lange, bis man es verstanden hat. Aber ich glaube, wenn man es dann verstanden hat, dann ist es glaube ich ganz einfach. Und leider kann man... Man speichert alles automatisch. Das ist glaube ich auch ganz gut. Aber wenn man halt diese ganze Map hier erreicht hat, ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft. Man fängt halt immer wieder neu an. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es ist halt wirklich noch in der Early Access. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt und so weiter. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Und dann bin ich mal gespannt. Und ja. Habt einen angenehmen Tag. Schaut nächstes Mal wieder rein. Wir sind jetzt wieder eingespielt. Und ja. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.